Heya, ich bin's wieder, euer Doreax und wir spielen heute mit dem MSV Duisburg gegen den FC Bayern München und gegen, äh, wer kommt denn noch? Gegen den HSV, das wird auch eine sehr spannende Partie, glaube ich. Und ja, hat man schon gesehen, irgendwann spielen wir auch wieder gegen PSG, da freue ich mich ehrlich gesagt eigentlich schon mega drauf, auch wenn es, glaube ich, echt eine schwere Partie wird. Aber, jetzt kommen wir erstmal zu Bayern und das wird nicht weniger einfach. Wir stehen zwar in der Tabelle, wie man sehen kann, hinter uns auf dem vierten Platz mit drei Punkten Unterschied, aber ich glaube, die wollen ganz schnell den Platz haben, den wir haben und dann noch weiter nach oben zu kommen. Ähm, und das Problem ist, Bayern wird heute vielleicht bessere Chancen haben als sonst, denn wir können leider nur mit einer fast kompletten B-Elf spielen. Ähm, unsere Spieler sind teilweise sowas von im Arsch, das sieht man an einem Wolze, das sieht man an einem Dorax, an einem Leitner, an einem Gnabry, die sind alle so im Eimer, das ist so unfassbar. Äh, das, das ist echt Shit. Und, ja, das Problem ist, ich hab mich mal gefragt, ne, wie spielen wir jetzt am besten? Und da kam ich halt so da drauf, dass auf jeden Fall unsere Außenverteidiger fit sein müssen. Deswegen spielen Passlack und Schobusberger, unsere Innenverteidiger kriegen es hoffentlich trotzdem hin. Die waren ja sonst immer eigentlich sehr, sehr stark, ja. Äh, Mittelfeld haben auch schon Albutad und Kedira zusammen überzeugt, ich hoffe, das schaffen die wieder. Das wäre ja echt schön, vor allem Albutad, der bleibt ja auch ein echt, voll geil. Und im linken Mittelfeld haben wir dann Yunus, mal schauen, was der gegen Bayern so gebacken bekommt. Und zum Mustafi kommen wir gleich, über rechts kommt Miguel und im Sturm haben wir Platte. Also jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum spielt Mustafi nicht über die Außen und Miguel über ZOM. Ganz einfach, Miguel, muss ich leider sagen, hat mich bisher noch nirgendwo so wirklich überzeugt, trotz seinen 76 Punkten. Ähm, ich hab trotzdem die Hoffnung, dass er es über rechts besser hinkriegt, denn das hat er, glaube ich, schon mal ganz okay gespielt. So, Mustafi hat mir letztes Mal über die Außen überhaupt nicht gefallen. So, warum spielt also Mustafi in ZOM? Ich hab die Hoffnung, dass er so ähnlich effektiv ist wie damals Doreax, als der noch 68 Punkte hatte und auch ZOM gespielt hat. Denn Doreax hat auch auf der Position angefangen und ich hoffe, ja, Tim Mustafi macht das ganz gut. Hat natürlich ziemlich schlechte Passwerte, muss man einfach mal sagen. Äh, ich hoffe aber, dass da, dass das Mittelfeld hier die Beine vor allem dann die Pässe regeln können, beziehungsweise ein Miguel. Und ja, er dadurch ein bisschen entlastet wird und dann eher ein bisschen nach vorne gehen kann, wie ein Doreax das macht. Aber Doreax ist natürlich eine andere Klasse, ich glaube, das sieht man auch an den Pässen. Ähm, ja, hier alleine kurzer Pass, 77, lange Pässe. 81, der kann halt auch ZOM richtig stark. Weil Mustafi müssen wir halt schauen, wenn nicht, müssen wir im Spiel wechseln. Und deswegen lasse ich auch erstmal, ich sag mal, die schwächere EF von Anfang an spielen, weil ich dann die Hoffnung hab, dass wir vielleicht in der Halbzeit dann ein Doreax zum Beispiel reinbringen können. Ein Lecki, ich möchte endlich einen Cutlets mitnehmen. Äh, wir nehmen Cutlets für den Wolze mit. Also, dass wir dann eventuellen Doreax einwechseln, Lecki einwechseln können, Leitner einwechseln können, Cutlets suchen, Gnabry natürlich immer nur drei von denen. Weil wir können ja nicht mehr einwechseln, als erlaubt ist. Das ist ja logisch. Und, äh, ich fand einen Kommentar ganz gut. Da hat nämlich mal jemand geschrieben, ich soll mich mal nach dem Linksverteidiger umschauen. Der meinte erst nach beiden Verteidigen, Außenverteidiger, Präsentationen. Allerdings hab ich dann erstmal geschrieben, ne, äh, rechts haben wir Klostermann. Der ist verdammt schnell. Äh, kann ich mir nochmal zeigen. Wo ist er denn, Klostermann? Der ist verdammt schnell. Da brauchen wir keinen neuen. Vielleicht müssen wir dem auch Flanken ein bisschen mehr beibringen. Aber da brauchen wir wirklich keinen, äh, neuen. Vor allem haben wir noch Passlack, der da auch teilweise richtig stark wird. Und mal hoffen, dass der noch ein bisschen schneller wird. So, über links jedoch haben wir nur ziemlich langsame Linksverteidiger. Das fällt auch auf. Hier haben wir einen Schobisberger, der hat so gut wie gar kein Tempo als Linksverteidiger. Was echt scheiße ist. Es ist echt ein beschissener Wert als Außenverteidiger, muss man einfach so sagen. Vielleicht wird der dann irgendwann eher der Innenverteidiger. Ich kann's doch nicht genau sagen. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Und Wolze hat ein okayes Tempo als Linksverteidiger. Aber ich hab die Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr geht. Bei Schobisberger müssen wir echt gucken, dass der vielleicht irgendwann als Innenverteidiger eingeplant wird. Und Wolze dann halt Linksverteidiger. Aber das wird dazu noch einen schnellen hohen. Da hab ich mir mal Gedanken zu gemacht, wer es sein könnte. Aber Linksverteidiger könnt ihr mir auch noch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und wie ihr wisst, ich freu mich über jeden Daumen nach oben. Wäre cool, wenn wir wieder so ein 30 schaffen. Das wäre ziemlich geil. Und ja, welcher Außenverteidiger ist mir eingefallen? Jeremy Toljan. Der Mann von TSG Hoffenheim. Schaut euch das Tempo an. Schaut euch die Sprungkraft an. Schaut euch mal die Stärke an. Ja, Linksverteidiger richtig stark. Finde ich mega. Also finde ich echt mega. Ich hab den gesehen und dachte mir, what the fuck. Ganz im Ernst, mega geil. Ich hab mir auch mal den Neuzugang aus Dortmund draufgeschrieben. Rafael Guerro ist hier jetzt mein linker Müllefeld. Er könnte allerdings auch ein LV spielen. Allerdings finde ich hier den Jeremy Toljan perfekt eigentlich. Also ich finde den mega geil. Allein die Werte, die sind. Und dann auch noch Jung. Das ist schon ziemlich nice. Und ich will euch jetzt nicht weiter nerven. Deswegen geht mein Spiel. Ich labere schon wieder viel, viel zu lang. Es tut mir auch immer extrem leid, dass das immer vorkommt. Das ist ein Niang. Wir spielen heim. Und ich würde sagen, wir spielen nicht im Schneegestöber. Sehen uns nach gleich im Stadion. Bis gleich. Die Frage ist jetzt natürlich, wie spielen wir gegen die Bayern? Denn wie gesagt, wir haben jetzt keine eingespielte Elf auf dem Platz. Und wie machen wir das dann? Das Problem ist, wir haben noch nicht die Breite im Kader, die zum Beispiel in Bayern hat. Ja, die haben jetzt auch Champions League gespielt. Aber ich bin davon überzeugt, sieht man jetzt schon, dass die immer noch klasse Spieler auf dem Feld haben werden. Das heißt, wie hab ich vor, vorzugehen? Ich hab vor, gegen die Bayern vorzugehen, einfach nicht zu verlieren. Scheiße waren da. Einfach mal Luis Suarez. Das kann man ja mal machen. Also, ich möchte eigentlich gegen Bayern hauptsächlich die Null halten. Und dann vielleicht wegen Konter ein blödes 1-0 für uns. Das wäre schon mega geil. Allerdings, möchte ich gerade einfach nur, ja, nicht verlieren. Guck Salah. Weil, ich bin zwar so der etwas offensiv stärkere Spieler. Aber gegen Bayern, wenn wir dann auch noch mit so einer Elf spielen, müssen wir einfach aufpassen. Da kann ich nicht einfach wild drauf losrennen. Deswegen müssen wir einfach aufpassen. Ja, man sieht schon hier, ja, Mustafi, oh mein Gott. Stock dran, Mustafi Lasse, Mustafi und natürlich Tim Mustafi. Rot dran, Mustafi ist jetzt nicht. Aber obwohl Bayern, ne? Mit Green, Kurt und Kirchhoff. Hm? Ja, sind wohl auch ein bisschen geschwächt, was mir natürlich gut gefällt. Und falls ihr euch genauso freut wie ich, kann ich euch endlich sagen, jetzt geht's mal endlich los. Sorry. Jetzt vielleicht mal das bringen, was ich versuchen möchte und, ja, hat schon mal ganz gut geklappt, so ein Konter. Leider nicht zum Erfolg geführt, aber so kann es halt laufen. So, Miguel jetzt mit der Flanke und Kidira mit der. Oh, schade, aber. Junis, oh Gott, wie nimmt der den Ball denn an, ey? Jetzt immer noch Miguel und Albutard, schade, aber schön gemacht von Miguel. Stark. Oh, Rüdiger lässt sich da ausspielen, oh Gott. Starker Pass. Aufpassen, der schießt und neuer mit der Parade, aber komm schon. Oh, nicht schlecht. Alter, wie bewegt sich der Platte war. Ecke für uns und wir machen das echt kein schlechtes Spiel. Bayern hat irgendwie noch so, nicht so wirklich ein Mittel gegen uns gefunden. Allerdings, äh, hat noch nicht zum Erfolg geführt, aber, hm, wir spielen nicht verkehrt. Miguel, jetzt, komm schon, Kidira. Oh, Mann, oh. So, Philipp Lahm, führt aus. Komm schon. Oh, boah. Alter. Und da kommt einmal so ein Kopfball, ne? Aber auch nur, weil im Passlack bei einem Suarez steht, ja? Dann machten sie euch eine Zuordnung. Oh, verdammt. Wir sind in der Halbzeit und es steht 0-0 gegen Bayern. Für uns ganz gut, für Bayern natürlich nicht so. Aber man muss halt auch erstmal sagen, es hört sich blöd an, aber wir sind gerade auch die stärkere Mannschaft von Bayern. Kommt gerade nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Kam vielleicht auch in der Spielinfo sehen, ja? Bayern, da kam nicht viel. Die hatten einen gefährlichen, äh, Schuss, beziehungsweise Kopfball von Luis Suarez. Ich weiß nicht, ob das der war. Ich warte die ganze Zeit, ja. Genau, dieser eine Kopfball, der aber auch wirklich gefährlich war. Ich mein Ballbesitz, klar. Gehört ganz klar den Bayern. Aber, muss halt sagen, wir machen echt ein gutes Spiel. Mein Plan bis jetzt geht voll auf und deswegen machen wir auch erstmal weiter so. Mustafi, komm schon! Oh, verdammt. Richtig starker Schuss eigentlich von Mustafi und schön freigestanden. Ein Miguel, der schießt auch einfach mal. Ich, keine Ahnung warum. Stark. So, Platte. Platte. Oh, Mann, oh, wir spielen gerade echt gut. Und Platte gefällt mir auch mega. Allerdings, gibt's einen Wechsel. Äh, Mustafi, der sich nicht ganz wohl geführt. Wird ausgewechselt. Ein Doreax kommt rein. Mehr möchte ich gerade ein. Obwohl doch ein Leckin kommt auch rein. Ey, ich muss einfach, ich muss einfach kurz zum Miguel Lohm. Der macht ein Hammerspiel. Also ehrlich, der macht ein echt verdammt gutes Spiel. Vor der Partie war ich mir unsicher, ob ich den spielen lassen soll. Beziehungsweise, ob ich dem vertrauen kann. Aber, er spielt unfassbar gut. Äh, ich hoffe, er macht es weiterhin. Kann natürlich sein, da jetzt Doreax reinkommt, dass jetzt ein bisschen mehr Fokus auf ihn liegt. Äh, vielleicht war Miguel jetzt einfach so gut, weil er so die Position von Mustafi mit eingenommen hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein richtig schönes Spiel. Und jetzt kommt aber auf jeden Fall der deutsche Messi rein, ne? Also Doreax. Gott, was ein Vergleich, ey. Chobosberger auf. Matthew. Komm schon. Ja, 1-0. Oh mein Gott. Wie klasse. Wer, weil das wieder Albut hat. Der Junge, der ist echt nicht verkehrt, ey. Ich weiß auch nicht, aber der macht echt gute Spiele. Vor allem, der läuft sich da auch wieder verdammt gut frei und damit steht 1-0 mehr für Lecky, als sich direkt gelohnt. Und Albut hat macht das klasse. Kommt natürlich nicht ganz an den Leitner dran. Sind aber auch ein paar verschiedene, ein bisschen verschiedene Spieler. Aber Albut hat er, auf den kann man sich mega verlassen. Echt. Echt klasse. Der soll schon sein drittes Saisontor oder so. Echt nicht schlecht. Vor allem ein zentral-deffensiver Mann. Klasse. Das gefällt mir richtig gut. Okay, das zweite Saisontor. Echt? Egal. Gefällt mir richtig gut. Passlag macht das gut. Äh, Quatsch. Platte. Gott. Ja, ich hab gesehen, dass der Neuer ein bisschen draußen war. Boah, da kommt noch mal der Schuss. Alter, der Bein neuer sich aber auch sicher. Krass. Wir wechseln jetzt auch noch mal aus. Äh, Platte war gerade mal kurz verletzt. Ist er jetzt nicht mehr. Und wir wechseln jetzt von meiner Meinung nach dem Mann des Spiels aus. Und zwar Miguel. Und genau wie wird nochmal für die letzten zwei Minuten kommt. Vielleicht hier mit der Flanke. Dort steht ein Khedira. Schade. Äh, blöd. Ja, wir gewinnen. Gegen Bayern. 1-0. Hör mal. Wie geil war das denn? Das hab ich so... Das war ja genau der Plan. Wie geil. Echt. Ähm. Krass. Vor allem, man sieht eigentlich, war da nicht viel los in dem Spiel. Aber, Bayern. Der hat die Bayern so gut im Griff, ne. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Ballbesitz ist mir scheißegal. Wir haben die Bayern ausgekontert und das ständig. Und dann das 1-0 gemacht. Ja, und meiner Meinung nach der Mann des Spiels. Miguel, ist er zurecht. Hammergeiles Spiel. Lecki hat zwar auch eine Bewertung von 8,0, aber grandios. Ja, die Außen bei Bayern hatten nichts zu melden. Auch wenn die ersten nur Sinan Kurt und Julian Green hießen. Julian Green hat ja auch lange eine Saison bei uns gespielt. Ja, paar Saison und Schobisberger haben das super gemacht. Vor allem Schobisberger anscheinend. Hat nichts zu melden, die Bayern. Das war einfach krass. Die hatten einmal diesen Kopfball und sonst waren die Bayern raus. Das war krass. Also die hatten wirklich nur Ballbesitz. Und das ist schon echt heftig. Man sieht auch, guck mal auf die Passwerte. Also online sind die bei mir immer viel, viel höher als offline. Muss ich mal sagen. Miguel hat einfach mal als rechter Mittelfeld in die meisten Pässe gespielt. Hat echt eine gute Partie gemacht. Und ich denke, euch hat das auch gefallen. Dann zeigt das anhand von einem Daumen nach oben. Und dann würde ich auch mal kurz sagen, sehen wir uns gleich in der Partie. Gegen, habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube gegen HSV war es. Bis gleich. Jetzt sind wir hier bei den Dinos der ersten Bundesliga noch nie abgestiegen. Und gegen Bayern war natürlich eine sehr gute Partie für uns. Allerdings wollen wir jetzt natürlich auch wieder ein bisschen mehr zeigen. Obwohl wir auch gegen Bayern viel gezeigt haben. Aber natürlich spielen wir jetzt hier mit unserer Stammformation. Schobisberger spielt allerdings weiterhin in der Linksverteidigung, weil er mir einfach super gefallen hat. Auch wenn ich trotzdem. Das heißt jetzt nicht, dass ich keinen anderen Linksverteidiger mehr haben will. Wir möchten nämlich trotzdem. Platte hätte ich eigentlich auch gerne noch spielen. Und wir spielen der Abwehrbaum so verdammt gut. Das kann man sich nicht vorstellen. Und Rüdiger hat im Übrigen Punkt dazu gewonnen. Was wollte ich sagen? Ich habe es schon wieder leider vergessen. Egal. Scheine auch nicht so wichtig gewesen zu sein. Einfach mal... Boah, die... Boah, okay. Ist jetzt nicht ganz so eine geile Elf, ne? Ich glaube, wir haben mittlerweile einen besseren Kader als der HSV. Das ist... Der HSV hat oftmals mit einem Abstieg gespielt. Aber ich meine jetzt rein punktuell. Aber wie gesagt, ein Weiger kommt wieder rein. Leitner kommt wieder rein. Genapriendo, Reaxen, Leaking, Cutlets. Genau. Platte wollte ich einspielen lassen, aber der war so im Arsch. Da habe ich Cutlets reingeholt. Weil Platte hat mir gegen Bayern gut gefallen. Allerdings wissen wir auch, was wir an Cutlets haben. Und ist immer geil, wenn man zwei gute Stimme hat. Deswegen würde ich mal sagen. Beginnen wir. Schießt einfach mal, der kann das. Oh, schade. Komm schon. Du, Reaxen, Alter, ein bisschen zentral, wa? Und... Man, oh, alter Weigl, schade. Komm schon. Boah, und das reiht sich jetzt auch noch dazu ein. Es kann nicht sein. Ja, halbzeit. Ich weiß, bei solchen Spielen mache ich das normalerweise nicht mehr. Aber ich möchte mal kurz andeuten, wie krass wir gerade spielen. Jetzt mal ehrlich, ja. Wir sind so unfassbar gut. Wir haben so viele Schüsse und kriegen die einfach nicht rein. Ey, inso... Uuuh. Ehrlich. Ich glaube, kurz vor der 30. Minute hatten wir so viele Torchancen. Wir haben nicht eine reinbekommen. Wir kriegen diese blanke Kotzen. Ey, meine Fresse. Ey, jetzt aber bitte die Chanceverwertung. Ein bisschen aufbessern. Ja. Komm schon. Oh, der war schlecht geschossen. Aber warum nimmt er unter den linken Fuß? Oh, Mann. Boah, endlich. Oh, mein Gott, war der schön geschossen von Leitner. Oh, ich habe ja gesagt, Leitner hat seine eigenen Qualität. Die kam jetzt, ja. Boah. Hauptsache, die Selber. Ach, Albut hat vorhin von der Position jetzt Leitner. Aber schön gespielt und endlich. Und das sah ein bisschen komisch vom Keeper aus. Der war aber echt gut geschossen. Der Ball hat eine ganz gute... Hat eine echt verdammt gute Drehung. Der Keeper hätte sie eher zur Seite fallen lassen sollen, anstatt nach hinten. Aber, boah, das war jetzt einer der Schüsse, wo ich am wenigsten damit gerechnet habe, dass da reingeht. Aber die Halbzeit geht gerade weiter, wie sie aufgehört hat. Wir haben Chancen. Und HSV kriegt es einfach nicht gebacken. Dritte Saisontor von Moritz Leitner. Sehr schön. Wir wechseln jetzt das erste Mal aus. Und zwar verlässt ein Matthew Lecky den Platz und Armin Younes kommt drauf. Äh, Lecky ist einfach platt. Deswegen. Schobisberger kriegt sie nicht gebacken. Shit. Oh, jetzt die erste gute Möglichkeit mit Diekmeier. Oh, Pfosten direkt. Alter. Gnabry. Boah, der Keeper ist echt komisch. Großberger kommt da hinterher. Flank kommt gut. Schön von Klostermann. Wir wechseln nochmal aus. Und zwar kommt Wolze für Doriax rein. Wolze geht jetzt ins linke Mittelfeld, wo ich ihn im FIFA eigentlich nicht wirklich sehe. Younes in ZOM. Und dann kommt noch, äh, Musterfick, glaube ich, im rechten Mittelfeld für Gnabry rein. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Wir schauen nochmal, genau so sieht es jetzt aus. Musterfick rechts, Wolze im linken Mittelfeld und Younes in der Mitte. Weil die anderen beiden halt einfach mal wieder richtig K.O. waren. Und jetzt Kevin. Wolze. Wolze. Komm schon. 2-0. Nice. Endlich. Schön gemacht von Wolze. Und ich sag noch, ich sehe ihn normalerweise nicht im linken Mittelfeld. Aber schön gemacht. Und vor allem dann dieses reinziehen. Das war klasse gemacht. Ey, scheiße, Mann, dann. Ja, und dann der Keeper, der ungünstig, der hat gut gehalten, bis jetzt auch wenn er mal komisch gehalten hat. Ja, und dann Katletz macht das so Stürmermanier, beziehungsweise er macht einen richtigen Gommes, richtigen Abstauber. Okay, komm, es ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm. Nein, Gommes ist mittlerweile richtig gut. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Damals war Gommes ja wirklich der Abstauber schlechthin. Und den hat Katletz jetzt auch mal gemacht. Er ist ein sechstes Saisontor. Wir sind diesmal gar nicht so heftig im Angriff. Und Katletz hatte, glaube ich, letzte Saison mehr Tore. Wenn ich mich nicht irre. So, wir gewinnen. 2-0 gegen den HSV. So, das haben wir verdient. Wir hätten locker 3-4-5-0 gewinnen können. Weil HSV hatte zwar ein bisschen mehr Druck gemacht, als Lasogga und Hunt reinkamen. Allerdings nicht vergleichbar mit dem, was wir gespielt haben. Leitner, bester Spieler des Tages oder der Spieler des Tages. Kann man auf jeden Fall so machen. Katletz hat mir auch richtig gut gefallen. Eigentlich haben mir alle gefallen. Ich kann ja wieder niemanden schlecht reden oder so. Es war eine klasse Partie. HSV war absolut scheiße. Wir waren echt unfassbar schlecht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Man sieht das einfach, wie eindeutig, wie eindeutig besser wir waren. Das ist schon übel eigentlich. Wir waren einmal gefährlich und mit so einem Pfostentreffer. Damit sage ich, Hashtag Fick die Dicken. Ja. Ähm. Ja, wir will. Das ist halt ein T-Shirt. Kennt ihr? Kirstall ist so ein Stand-Up-Comedian. Da war ich in Oberhausen. Uah. Oberhausen. Uah. Ne, da war ich halt in der Kündig-Pilzen-Arena. Der hat ja seine V-Führung gehabt. War echt geil. Würde ich echt sagen. War echt nice. Bleib ich das T-Shirt halt her. Ich habe keine Ahnung, ob man die so kaufen kann. So und nachgefragt. Deswegen erzähle ich das gerade. Ähm. Und dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Ich hoffe, wir schaffen wieder so um die 30. Ein bisschen mehr wäre auch geil. Und dann natürlich freue ich mich über jede Art von Kommentar. Wie ihr wisst, beantworte ich dir auch mal liebend gerne. Ehrlich jetzt. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Viva 16 mit dem MSV oder mit einem weiteren Verein, weil es noch eine zweite Karriere geben wird. Uuuuh. Ja, es gibt Leute zweite Karriere. Ich sage mal nicht, welches Verein. Und ich sage noch nicht, wann ich starte. Und damit sage ich, ciao. Das war der Falschknopf. Das war der Falsch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017